Musik Angruhe seid wohl kennt in die Zimber Erde. Dieser Buch, das Kamauvo-Luzern, hat unterschrieben in Kontrat zu Mahagian Bürsenens gearbeitet, wo in Arbeitplatz von Platz von Moze. Die Ditta, wo er hat gebunt die Gara d'Appalto, wo der Arbeit, ist die Pintarelli SRL-Votenna. Erst im Bienetan muss er auch immer so richtig aus, als was da ist, aus Bene von Arbeitplatz. Die Ben-Ominum und Insogierna, da CRM-O-Bach-Kemen-Oge-Puntet-Pingeleiche-Gebege, die Plätze vor die Autos, die Grümman-Aree und alles, was da geht unter dem Boden. Das Wasser, das Licht und die Turm wohnen, schwarzen wassandach. In die Arbeit ist das Ingewonka auch, zum Mahag in Pohn, wo in Zwoate Lotto, wo in Neue Tocco, wo in Spekificio, zuhaar der Tecce. In Bienetanzeite, so, Bach-Mammer nochheben so nütze in Arbeitplatz, denn Ditta, wo da sa Arbeit nach Zlusern und Homs am Mangel, und Pinzellen, wo da bollen offen türen, wo Neue Wum. Trageant er so, boll bargehan gloam mehrere Plätze Arbeit in Lotto. Am Mentabas a Zlusern, Bach-Maren, so vorstierna, bia zuhaaba a Pessarnas Schuol a Zlusern, pitten Treffe, hergerichtet von Kamau. Ma, Bach-Sevennen, in der öberste Schala von Kamau, ab 16. von Maggio, die 8.5 Abas, und SEM, Mütter und Wetter, Laiut von Kamau, und wo der Schuol, umber da Bilsuagian, bacht in Rehn, so vorstierna, bia zu maga home, mera Kinder, in die Schuol, wo Luzern, und bia zu Pessrase. Bach-Rehn, wo der Selnen, wo der Klumann Kinder, sich hoater, und Brom, bei Baralle Bissan, wo der Elementar Schuol, Auberth, unsere Kinder, mohan oheban so gianna aus von Lont. Und diese, in diese letzten Zeiten, tuehrt no mehr a Ront, bis an der Kesscher, wo der Kind, die Luzern, la wo der Elementar Schuol, beraten dreizane, eppas, wo da net Kind für sie dar eklane Giardar. In Kindergarten Wetzel, in zwei Jahre, beraten Salai drei, und vor die Zaböllat Masüahan so hänger o, an servizio integrativo all'infanzia. Le Drenante, vorerst, die mindesten Jahre, wo da mohan hondi Kinder in Sotretta, von zwei Jahre, Auberth, und hohennen, al servizio nido, vor di ganz klumane Kinder. Dazua, die Schuol mohat kemen gepessacht, mit neige und moderne projekte, wo gelirna, zu konvinsra merane Momme, so schicke Pellach schienka Schuol. Wo dieske Würznen, bachten darabidach, kämen zäunen, mehr alusernela, mit allen Kindern, wo da so gebochtet, oder wo da bochtet, heure. Sperarante, a skier Würznen na so. Wo da neige Schuol, so in der Sa, angeheft, die arbatten, in Centrosociale von Prüngle. So in der Kente, ausgerichtet, die Bonje, wo die klummen, andere arbatten, so maha, als Sikrach, so a sanatürnbea, und in bierne Zeit, mohat da, als kämen, gezeunte, o minum, in haus, und in giardino, wo da bach kämen geleg, bloas neiges gespiele. Disa mitte, im Kulturinstitut Luzern, ist da kennengemacht, an interessantega, konferenz, so reda, wo, Turisten und Minderheiten, bitten ar ricerca, wo da ist kennengemacht, wo dar Eurak, wo Poazan, sega, bia di Luzernach, sehn di Turisten, un bia di Turisten, sehn Luzern, so eine Leut, um so kultur. So reda, pin beibar, wo dar Eurak, so in der Zwagont, Leutmann Kamau, wo Kulturinstitut, wo ein Dokumentationszentrum, wo da rapidi, wo folgraet, lavoro Luzern, birten, und andere Leut, o, di Borco da Kind, wachparzanren, Lenar, und Pessar. Benenze, Katria, kam birt, a tia, basciabotta, zoreda, as bebiar, un brunnet. Libadan, um birt, panondar, in gelaichige platz, a so, ist da caffelliberia, il papiro votria. Mamma geschaungo an Liban, un magare Covanen, un lei essan di colazione, trinken un caffè, oder, panbintar, schaffanen e no, a barma cioccolata, un brocan da drin, a guaziondle, oder a braziell. Vorjahr, da, ist marwürken, zog rühe a sa an chel, wo der sez gesotz nidernom, un bianne spetar, rühe van an nondan, wo der singe in patür, un hat das nek geseg. Un alle di lei wo der stadt, hum geseuget, un sönnen gewurscht, was vor azunbach in saren, di selnen. Ja, vorjait, es geshta so. Heizutage ni meach, un brocan barzina salle gebohnt, so hühe a rehen, in alle di zungen wo der belt, un niemat, marta ni meach kažo. Sons geshta, di selnen, che so in catria, hat sa sa parirt, so in über di belt. E shtam vetze, geat man idar unau, magari zu averta von tage o. Ma insummas, is herta schiumma, bal ma sajt wocht von lont, bo chenene parumas, zore das pibier. Un mange nemen di zait, so sitza sen idar, un trinca n' caffè, is no pessar. Sihar, venn di zait, is herta sberra. A so, hat man überleght, da man in stelle tage, un an uhr, dove man se vint, fursse berazio entrer, a mazer mage buchennen. A so, ist a pensjagt, da zimbar caffè, vennse, zore das pibier, wort von lont, zore das eherta lusernach. Ma hatogheft kapoazan, un'invorgonate finsta, katria, proprio in distube, obar dar libreria caffè, il papiro. Vor diesem ersten Treff ist das Kenzo Vena di professoressa Patrizia Cordin vor der Università Votria, vor der sache geredet, von lieber da von Börter, vor der unseren Zung. Und hat das Kött a drei bichtige Sachen, über Biasmo hat da kemmen gemacht, a guter lieber von Börter. Ma vennse bieder, als neune von Sunio, in gleichige Platz, libreria caffè, il papiro, in via Galilei, nomdar sparrkasse Caritro, die fünf und eine halbe sind tages. Aber bei uns sind wir, Luzern Votria, und umbromnet, Leute, die alleine zu Luzern, die haben Lust zu kämmen. So unterstuzen und so altalente, dasselbe die Städte Votra Zung, aber nicht mehr, die Kultur von Zimbarn, von Dreizakamöndern, von Leschina, sind das Zahr, wir uns in sich, ist das Curatorium Cimbricum Veronense. Das Curatorium Cimbricum Veronense, zu unterstuzen von Zimbachkultur von Dreizakamöndern, von Leschina, ist das Museum des Zimbach, im Museum des Zimbach, im Centro di Cultura Zimbach, wo Lietzan, Giazza, machte auch ein Sportell linguistisches, wie gesagt, durch die Hälfte Schreiben, lesen, übersetzen, studieren, die Zimbachkultur, und hat eine Bibliothek mit allen in Libanern, wo die Augen in der Leschina. Aber durch die Hälfte auch, durch die Libanern, durch die Traditionen und Wörter, durch die Richter, die Gitte und Treffen. Treffen, als bei der Sel, wo Nabasch von Vorgonatevraieta, da in Centro di Educazion Ambientale, wo Selva di Prognio, so haben sie gewohntet, die Leute vom Curatorium, in allen inseln, interessiert, wo der Arbeit, wo sie so ein Noh, Wurtzotraga. Selva di Prognio, ist das Kamau, wo ihm von Lietzan. Da sind sie gelont, wo der Leschina, wo der Kind, geredet, da Zimbachzun, wo der Mera, geleicht, da Rünsar. Dopo in Gruas, wo der Sitzar Maschalongo, ist der Kind gezogen, und ins Kind geredet, wo der Kind, Zimbachzun, 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 wo der Ausgeat, alle sechs Monate, wo der Redet von LEM und wo der Kultur von Zimbachzun. Später, ist da Kenke zoget, attoal von Video, wo der Convenio, wo Verde, annaugar lieber, wo Poesia, Vivere, wo der Adriana Rezzele, und anleszun, ist da Kenke zoget, an anderen Video, wo der Lesch Gita, wo der Hangemacht, in Deutschland, a Benedikt Beuern. Es ist nicht ein Konzert, oder eine große Verwaltung, aber es gibt auch die Kultur und unsere Stiene miteinander. Aber was er hat gemacht, ist es, zu sehen, wie er will, in der Zukunft. Junge und alte, so viel, wie ein paar Rummen, hat gemacht Stiene, auch geluimt, auch ein paar Tür. Dieses Jahr, wo wir der Haltende im Zirne Cellen, Zimbach, von Reizsakamander. Die Presence von vielen Menschen nicht nur uns honoriert, sondern auch uns über die Arbeitsplätze der Arbeit gemacht, bis hier, von unserer Kultur-Kultur-Kultur-Kultur. Die Kultur-Kultur-Kultur-Kultur, die seit 1974 auf diesem Territorium der Lesinien, als Idee, der Grund, von conservativen und der Sprache, nicht nur der Sprache, sondern auch der Sprache, von diesem Territorium. Visto che la lingua lentamente si va disperdendo, noi vogliamo reintrodurre l'identità e l'orgoglio di essere i Cimbri per ritornare a parlare la lingua. Abbiamo, diciamo, circa 300 soci che un po' in tutta Italia ci onorano con la loro iscrizione, mandandoci un bollettino ogni anno. La situazione è pesante dal punto di vista economico, perché la legge regionale non ci ha ancora assegnato i contributi del 2010. Quindi siamo in serie difficoltà, come in genere un po' tutta la cultura di questi tempi. Però noi tenacemente andiamo avanti imperterriti, pensando che diciamo l'idea che una cultura locale possa morire a noi far brividere. Le iniziative vanno avanti cercando di farle con meno spese possibile, però noi cerchiamo di reintrodurre questa idea di orgoglio di essere i Cimbri attraverso la Festa del Fuoco che si farà il 23 giugno nella Magica Cornice di Giazza, la Festa dei Cimbri che si farà a Roverei Veronese, nei pressi di un'antica chiesetta, diciamo, dove probabilmente è nato per Bertoldo da Parparo nella zona della Conca dei Parpari e poi alla fine di agosto ci sarà la 17esima edizione del Film Festival dell'Alessini. Abbiamo presentato oggi la rivista numero 45 e per la fine dell'anno contiamo di poter realizzare anche il numero 46 che raccoglierà i contributi, gli studi e le ricerche di tanti studiosi. Fra le iniziative del Curatorium ci sono anche molte gite? Certo, quest'anno andremo nella nel territorio della Germania sulle orme di Lutero perché Lutero sappiamo che ha tradotto in tedesco diciamo la Bibbia e come ha reintrodotto diciamo ha introdotto e ha dato valore ad una lingua la lingua tedesca nel 1500 vogliamo anche capire da quella cultura dai luoghi dai siti come è possibile realizzare questo nostro scopo. Un giorno potreste tornare anche a Luzerna o veniamo noi da voi. Sarebbe auspicabile per rinsaldare diciamo quei sentimenti di grande amicizia che abbiamo tra di noi cimbri. a 22 maggio di 8 e una halbe sabas in cinema teatro Vofolgright che ci sono argomenti in cui ci sono argomenti in cui rinnovabili o nucleari qual è il futuro un acqua bene comune fa la cosa giusta. un'altra che si 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 in der Kassel-Rurale Wofol-Greit. Dies ist jetzt von der Letztwo, dieser Woche, schauen wir uns an uns auf der Kinto an Ruhr, zu einem Stefano Wongalem.